Hier folgen jetzt PDF-Dateien, die es im NITS nicht mehr gibt, nicht geben soll, aber werden geben wird. Es ist jeden selbst überlassen, er dieses interpretiert, dieses Video ist frei, versenkbar und gut auf Wahrheiten. Musik Und hier ist eine Originalscheibe, was es logischerweise nirgends mehr gibt. Musik Es ist Dienst auf Anweisung. Musik Es hat nichts mehr damit zu tun, um das Volke in einen Staate gleichmäßig und für jeden gleich zu schützen. Musik Es liegt nicht an den Bedienzitteln. Musik Auch sie haben wohl ins Ende, und es ist schlimm. Musik Musik Es ist eben das Problem eines Aufklärers, der rein logisch als Reichsbürger bezeichnet wird, da die Reichsklinge, die böseste Klinge gegen Aufklärer ist. Musik Alles, was sich dem System widersetzt, wird als Reichsbürger bezeichnet, obwohl Arnie und Bert in der Sesamstraße den Unterschied ganz korrekt auch für Kinder erklären, was Aufklärer sind und Reichsbürger. Musik Musik Ich danke dafür, dass ihr dieses Video zur Kindes genannt habt. Musik Und Grüße vom Reisenbärler. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020